Hey und willkommen zu einer weiteren Runde PlayerUnknown's Battleground zusammen mit Hand of Blood. Bewertet wie immer den Part und viel Spaß! Alter! Okay, hier sind sechs oder so. Lass sie einfach direkt unten landen. Einer ist hier in der... Zwei sind in der... Ich geh in die Halle. Ich geh in die Halle, okay? Ja, hol dir nur ne Waffe, ne? Ich hab hier ne UC. Okay. Die... Er rennt hier mit mir rein. Okay, hier ist auch noch einer. Fuck! Okay, ich renn direkt zu dir, okay? Bei dir kommt einer. Der ist jetzt hier bei mir im kleinen Turm. Er hebt da was auf. Alter, ich hab ihn nicht. Oh, der ist sogar noch wegge... Ich hab das nicht gehört. Oh Gott, ich werd angeballert. Ja, geh erstmal, geh erstmal safe. Oh, ich brauch ne Waffe. Ja, ich hab ne Waffe für dich. Theoretisch. Ach ja? Ja. Fuck. Ist einer open field? Der kommt direkt zu dir, von rechts. Was? Ich bin tot, ich bin tot. Nein! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Er will mich finishen, er will mich finishen. Er hat mich gefinisht. Dieser Huren. Warte. Alter. Pah, er ist hier oben. Er hat ne Schrot. Er wird abge... Er... Nice. Renn rein und finish ihn. Oh nein. Den anderen kann ich nicht. Der rechts... Oh Gott. Oh nein. Tschöning, tschöning. Ich versuch's. Er tanzt, er tanzt. Aha! Sprich nicht mit dir in die Luft. Oh nein. Oh nein. Ist das ein Tanz. Hinter dir ist noch einer. Alter! Diese Scar kann aus der Hüfte nichts, man! Nee, war nicht Scar. War, war, äh, 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 Dingens. AKM? SKS. SKS. Dreckige Scheißwaffe, Alter. Ich freu mich. Nur noch 13 Sekunden, dann geht's los. Ich bin auch ziemlich aufgeregt und sehr gespannt, was in Gorgo diesmal passieren wird. Freut ihr Schoko-Schnitten euch auch? Ja! Ihr Lappen? Ja! Nein! Sieht schlecht aus, oder? Von hier ist halt immer doof, weil der Berg dazwischen ist. Nee, wir steigen direkt aus und gehen hierhin und suchen uns ein Auto, das schaffen wir. Okay. Da ist was. Oder ist es ein Busch? Ich flieg schon mal ein bisschen weiter. Ist es ein Busch? Hier sind noch zwei andere mit denen... Alter, ich hab jetzt erst erkannt, dass es wirklich ein Motorrad ist. Hinter den Sümpfen... Ah, ja, ja, ja... Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Keine Ängste, keine Sorgen, sagt man. Sie müssen alle sich schlagen, sagt man. Keine Ängste, keine Sorgen, aber sie verprügeln sich alle, ja geil. Sie müssen sich alle schlagen, sagt man. Keine Ängste. Ich überfahr dich. Keine Ängste. Ich nehm den mit, ich nehm den mit. Sagt man. Ich nehm den mit! Jaaaa! Hui! Kartoffel, Brei, Gretchen, sagt man. Was sagt man denn noch? Ich kack mich voll im Paradies. Manchmal bin ich schwanger, sagt man. Ich hätt' den so schöner rechts ziehen können, aber ich hab's mal... Ich hab's mal nicht getan. Du bist so übel angelenkt bei mir. Weißt denn die Borla? Man! Alter, das sollten wir uns gut überlegen. Weil sonst können wir, glaub ich, direkt nochmal neu anmelden. Ich überleg mir hier gar nichts. Ich geh jetzt an Giorgio und da gibt's auch keine Diskussion. Alter! Hier ist Sumpf, Mann! Du musst links lang! Rechts? Alter! Ja, wir kommen bestimmt nur in die Zone. Ich find' auch schön, wie kompromissbereit du immer bist. Auch gar nicht engstirnig, hör mal. Nee, bei Giorgio gibt's auch nichts zu diskutieren. Als wär das dein scheiß Bruder, ey! Wir fahren mit Giorgio! Nach Georg! Ja, nach Georg! Klingt wie so ein Evangelist, ey! Junge, ich geh' zu ihm! Der wartet jede Runde auf mich! Wenn da jemand ist und uns instant head ihn, ne? Ja, dann haben wir halt... Dann ist Georg schuld! Georg! Aber er macht's nicht mit Absicht! Georgie! Oh, das ist ein Auto! Sollten wir nehmen! Sollten wir nehmen wegen Sprit! Nein! Nein! Steig! Okay! Okay! Das... das wirst du bereuen! Das wirst du bereuen! Du hast doch keine Chance! Keine Chance hast du gegen mich! Ja, ich hab'n Dacia! Natürlich hab'n ich ne Chance! Versuch' mich doch zu rammen! Ja, versuch' ich! Trau' dich! Komm, abstehen! Brems doch! Brems doch jetzt scharf! Komm! Brems doch! Dann überholst du! Dann überholst du! Nee, nee! Mach' ich ja nicht! Ich fahr' dich an! Komm! Pussy! Angst! 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 Null! Du stehst doch wieder auf, oder? Gehst du Fuß? Nein! Ich muss jetzt gar... Aber da ist noch'n Auto! Lauf' grad'n Umweg! Weil du einfach weiterfährst! Du hast dir mal einen Ruffall nicht lang geschaut! Ja, ganz ehrlich! Du hattest die Chance mitzufahren! Doch! Du hattest die Chance mitzufahren! Du hast die nicht genommen! Die Chance klopft nur einmal im Leben! Ja? Ja! Die netten Halle! Ich hab' jetzt so viel... Ich hab' so viel Sprit! Ich werd' das alles in dich reinpumpen! Komm her! Oh Gott! Du kannst mir keine Angst machen! Nicht? Oh shit! Da kommt der! AHHHHH! Bist du dabei? Ich komm mit! Klingt gut für mich! Die Zone ist ja eh 10 Kilometer entfernt! Diese Runde hat keine Zukunft! Natürlich hat die ne Zukunft! Ja welche denn? Ganz ehrlich! Ne gute! Erster! Erster wären wir! Okay! Ich nehm' dich beim Wort! Ja, wenn nicht, liegt's an dir! Raute 48 hab' ich ja... ... genug gesehen gehabt! Ja! Ich auch! Meistens Raute 50! Hehehe! Hehehe! Ja! 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 Ach 2M geil! Crossbow! Easy! Nimm gerne mit! Ja! Mach' ich! Ich mein' keiner ist so retarded und geht bei der Zonenlage hier oben hin! Doch! Niemand! Ich? Wie ist der? Ich hab' mal 8! Oh lol! Alter! Kleiner! Das kriegste zurück! Du hast aber keinen Schaden bekommen! Ey! Ich dachte das war'n Crossbow! Oh was? Du hast einen Pfeil verbraucht? Ja! Komm' mal her! Ne! Oh Mist! Alter! Komm' mal her! Oh Mist! Weißt du direkt wieder was Sache ist ey! So jetzt schnell, schnell looten! Alter! Loot einfach schnell bitte! Ich loot jetzt! Ja okay! Also wir trollen hier auch noch rum, Alter! Jetzt hätten wir alle Zeit der Welt! Ja eben! Gar keine Zeit! Gar kein Problem! Null! Erstmal abschießen! Alter! Ich hab' komplett insane Loot! Wir gehen hier nur noch hin! Jetzt auf einmal! Ich habe eine Mini! Super geiles Gewehr! Mit Schalldämpfer! Mal 8! Mal 4! 3! Alter! Zweier Weste! Wollen wir langsam los? Ne! Bei mir fehlt das alles noch! Naja gut! Aber ich mein' Es ist ja auch nicht selbstverständlich dass wenn wir hier hochfahren bei der Zonenlage wir beide voll Equip rausgehen! Doch! Ich mein' wir haben jetzt mit mir schon ziemliches Glück! Meiner Meinung nach! Ja okay! Dann loot einfach schnell weiter! Ein bisschen können wir tanken! Him! Aber! Aber dann wird es halt wieder wenn wir dann nicht Zonenluck haben wird es halt genauso wie die letzte Runde! Ne! Ne! Wir können ja dann einfach straight reinfahren! Ich habe jetzt eine K! Willst du die Mini? Willst du die Mini? Ich will eine K! Okay! Dann nehme ich die Mini mit und gib dir die K! Ja! Ja! Oder die Thompson! Ja die Thompson ist eigentlich Ne! Ich gebe dir die Mini! Okay! Oh ne! Mit der kann ich halt gar nicht spielen! Also null! Mit der ist halt besser zu spielen als mit Ja okay! Ach komm! Ich gebe sie dir! Ist ja auch deine Aufnahme! Das ist sie! Das ist sie! Aber dann lass uns bitte auch fahren! Wenn ich bei dir bin! Oh! 105 Schuss! Und! 270 für meine andere Waffe! Also falls du Muni willst! Die grüne? Ja! Grüne Muni brauche ich! Wollen wir echt einfach in die Mitte fahren? Ja ne? Ja! Hier zu so einem Gebäude irgendwie? Und da einfach bis Rundenende campen und ballern? Ja! Oder AFK gehen! Auf Toilette! Ah! Ich brauche dann aber eigentlich eine Nahkampfwaffe! To be honest! Hä warte mal! Was hast du denn jetzt? Ich habe nur die Mini! Weil ich habe ja die K! noch rumgeschleppt gehabt! Achso! Achso! Scheiße! Ja aber! Da ist ja noch ein Haus! Also ein bisschen Loot kriegen wir schon noch! So jetzt macht die Zone mehr Schaden! Ist aber nicht schlimm! Wie hast du mit Medix? Wie bist du da im Start? Ein Schmerzmittel! Das war's! Okay dann fahren wir straight durch! Boah wäre das dreckig! Wenn da jetzt instant einer wartet an dem Haus wo wir parken werden! Ja oder wenn wir jetzt hier von der Straße geballert werden! Hast du denn Koffer für mich? Ne ich habe gar nichts! Ich habe nicht mal Energy! Achso! Ich habe nicht mal Verbände! Alter! Das habe ich ja! Wir sind ja komplett gearscht! Könnten sind hier die Türen zu? Ne 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 geh dann bloß nicht rein! Das ist ja wohl die erste Anlaufstelle für alle! Ne das ist mega der Kackspot! Guck mal du siehst ja nichts! Ja ja aber guck dir mal die Border an! Ich meine für Leute die hier reinfahren! Ja ok! Ja ok! Da waren bestimmt drei Koffer drin! Hahaha! Und Schmerzmittel! Oh da rechts sind welche! Bleib stehen wollen wir die töten! Ah ne sie fahren weiter! Ne wir sind zu laut für so ein Fight jetzt! Wir müssen erstmal irgendwo rein und Lage chopper! Und dann so fahren uns hinterher! Ne ne ne! Echt? Ja wir sind eh am Gebäude ist cool! Warte wir gehen zum Garagengebäude! Das ist es! Pack ich das Auto da drin? Und dann? Wo sind? Hinter uns immer noch glaube ich! Ok! Aussteigen! Ich geh mal nach oben sie sind da man hört sie! Ja! Ich booste mich kurz! Ne ne die fahren weiter! Oh! Vielleicht haben sie nicht gehört dass wir hier sind! Hier ist ein Schalldämpfer MP der übersehen wurde! Oh shit! Da kommt noch ein Auto! Oh sie kommen! Echt? Ja! Nein das ist ein anderes Auto! Oder meinst du das Auto warst? Ich schieß gar rein! Hab einmal gut getroffen! Oh nein sie gehen! Sind hinterm Lügel! Aber wir haben jetzt hier die Aufmerksamkeit! Und jemand hier! Hab ihn gate shotted mit dem Kopfschuss im Auto! GG! Alter! Wo liegt der? Geradeaus! Ich seh's! Ich erschieß ihn gerade! Oder doch sterben! Er ist tot! Das war nice! Ich würde halt gerne den Typen looten damit wir uns zielen können weil das ist halt richtig eklig! Nein! Wir sind mitten in der Zone! Ja aber jetzt gerade! Meinst du das sind schon viele hier? Ja! Ja die Zone kommt jetzt! Mal gucken wie die nächste ist! Dann brechen wir ihn wieder auf! Kann denn da nicht einer mal kommen? Also seine Leiche siehst du oder? Also du hast den Blick drauf! Ja ich weiß ungefähr wo sie ist! Ja weil kann halt gut wer hinkommen! Und sollte die keiner looten und die Zone müssen wir jetzt rufen! Dann können wir die mal versuchen drive-by zu machen! Dass einer schnell aussteigt! Alles Panik lootet und dann weiterfährt! Ah da kommen welche! Von eben mit dem Auto! Sie fahren, fahren, fahren! Zu dem roten Haus! Sie parken da! Warte! Einer! Mist! Zu dem roten Haus? Du meinst das gelbe Haus! Mit dem roten Dach! Da war einer! In dem Haus ist die ganze Zeit einer! Ja ja! In dem roten! Er fährt weg! Wir dürfen uns halt keinen Hit leisten! Shit! Ja ja eben! Das ist richtig eklig! Ich geh wieder auf den Balkon gucken! Weil wir haben jetzt wieder ein bisschen Lärm gemacht! Oh! Oh! Wo ist das denn? Hä? Das muss ja eigentlich hier vor uns sein! Ich seh sie nicht! Oder ist das auch in dem Haus? Das ist einfach in den Häusern! Guck mal da steht noch ein geparktes Auto! Ne das war schon voll da! Das hat er da hingeparkt! Der Typ der kam! Okay! Okay! Seh ich den? Ja ich seh den! Ich hab ihn ausgenockt! Lol! Man hat seinen Arsch gesehen! Ist der dumm? Ich glaub ich seh ihn da immer noch! Ich weiß es nicht! Schieß mal rein! Ne okay! Der ist da nicht mehr! Ich dachte der Fitze wär noch sein Stück Arsch! Äh warte mal! Ich könnte noch mal eben ein bisschen Lärm machen! Für eine Sache! Moment! Oh Gott! Warte! Und zwar für die Tür! Kannst du auch mal eben einböller? Ich krieg den nicht kaputt irgendwie! Hä die Tür ist ja voll durchlöchert! Aber geht nicht kaputt! Warte! Okay ich schieß! Siehste! Da sind 30 Schüsse drin! Hä? 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 Ist vielleicht ein Grafik-Bug! Vielleicht ist sie schon weg! Aber wir sehen sie nicht! Ja! Er muss ja! Ey wir sind immer noch in der Zone! Was wir uns überlegen könnten! Auf ein anderes Haus in der Menschen zu gehen! Guck mal! Komm mal zu mir! Na ja! Aber wir sind ja noch drin! Also wer weiß ob wir danach nicht nochmal drin sind! Aber jetzt haben wir noch keinen Stress! Hier sind noch nicht 100 Leute! Das Haus was ich markiert habe! Was hältst du von dem? Können wir machen! Wollen wir dann rüber rennen? Ja! Das überrascht dann auch die anderen! Genau! Vielleicht gibt's auch hier! Ach du Scheiße! Weil besser jetzt als wenn alle... Ich meine die Zone ist jetzt gerade hingewechselt! Da wird... Siehste? Die ballern jetzt! Oh ich höre ein Auto! Hier können im schlimmsten Fall welche drin sein! Dann machen wir auf automatisch! Oh hier ist eine OMP! Gott bless! Allein dafür war es schon worth! Alter! Das war laut und nah! Oh so nah nicht! Da ich seh einen! Lol! Headshot! Bei 210 ungefähr! Wo war denn das? Ah ich seh ihn nur noch kriechen! Aber wo ist der Mate? Ah der hebt ihn jetzt auf! Man sieht seine Waffe! So einen ganz kleinen Zipfel! Wo denn? An einem Baum? An einem Stein? Hinter dem Baum! Oh da! Oh nice! Du hast ihn getroffen! Hab ich? Ja ja! Du hast ihn getroffen! Hat man bei mir gesehen das Blut! Okay! Das Problem ist! Ja toll! Einer ist davon angehltet! Einer ist down! Aber der hat den jetzt eh wieder aufgehoben! Aber die müssen jetzt moven! Das heißt wir können die töten! Nö nö! Die haben richtig Stress jetzt an der Backe! Problem ist nur! Wir haben jetzt natürlich wieder geschossen! Und hier sind ja welche irgendwo! Also schätze ich! Oder die sind halt echt durchgefahren! Aber ich glaube nicht dass die uns... Ja aber dann sch... Also ich wünsche mir gerade dass wir gestürmt werden! Damit wir endlich mal hier bekommen! Ja! Das kann so nicht sein! Aber ich sehe ihn wieder! Ja! Fuck! Nicht erwischt! Die stehen da dumm rum! Die kommen rein! Die kommen rein! Bei uns? Nein! Die laufen gerade Richtung... Innere Border! Oh fuck! Ich habe auszusehen das... Hab einen zweimal... Hab einen mit Ghillie down! Nice! Hab einen! Auf mich wird geschossen! Ich weiß auch nicht von wo! Ja! Ich sehe ihn nicht! Äh... Auch aus der Richtung! Ich sehe ihn nicht! Der hat halt einen Ghillie gehabt! Oh! Ich bin fast... Also ich habe den mit Ghillie getötet! Das ist schon mal sehr gut! Ja chill! Ich habe jetzt... Ich gucke gerade gar nicht mehr raus! Also ich... Ich gucke nur über Third Person raus! Oh! Die Zone! Wollen wir jetzt move'n? Oh ja! Ja ja! Komm! Also... Wir haben halt kaum Chancen mit dem hier! Das ist das Problem! Das ist ein bisschen doof! Lauf! Verröst! Ich hoffe, die sind hier mit dem Auto durchgebrettert! Können wir hier gucken, ob hier noch irgendwer Verbände hat liegen lassen oder so! Ach so ein Koffer oder so! Ne! Nur scheiß Drecksklamotten! Warte! Wir können das Gebäude nochmal checken! Ein bisschen Zeit haben wir ja! Auch wenn hier welche drin sein können! Es ist halt schon sehr knapp gerade! Okay! Hier ist wenigstens noch ordentlich Muni! Aber... Ne! Jetzt gar nichts! Scheiße! Ziemlich gelohnt! Okay! Die sind hier im Gebäude! Hier steht ein Auto! Ja! Und jetzt? Jetzt beten wir... Dass wir ankommen! Hier sind Verbände! Die nehme ich! Oh fuck! Das ist nah! Ja! Das ist direkt neben uns eigentlich! Da wo wir langrennen wollten! Wir müssen rennen! Wir müssen jetzt rennen! Ja! Ja! Ich werde jetzt sterben! Das werde ich niemals überleben! Wir rennen auf das Gebäude zu und weiter! In dem Gebäude können welche drin sein! Pass auf! Hier ist ein Auto rechts! Hier ist ein Auto rechts! Lass das Auto nehmen! Lass das nehmen! Oh fuck! Das ist so nah! So! Ich fahre! Komm rein! Komm doch rein! Scheiße auf die! Warum schießt du denn jetzt? Ich habe ihn genockt! Oh Gott! Er schießt erstmal! Boost! Boost! Die schießen nur hinter uns! Ja! Ich bin fast tot! Wir gehen hier an den Berg! Links an den Berg! Links an den Berg! Ja! Ich gehe! Oh Gott! Links an dem Berg sind welche? Zwei Stück! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das? Ja! Ja! Da ist noch einer! Oh Gott! Dann hier! Einfach schiehen dann jetzt! Fuck! Ich... Okay! Kannst du mich hochholen? Nein! Du bist dich wirklich vorzeitig ausgestiegen! Ich bin Tucken zu früh! Oh oh! Oh Gott! Dass wir noch leben ist einfach ein Wunder! Nein! Auf die Pfanne! Die Pfanne! Nein! Lauf! Hinter mir! Direkt hinter uns sind die! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Junge! Was schweiß aus! Hier! Die Pfanne! Die Pfanne! Das Lebens! Da sind auch Verbände! Diesmal ich mir die! Jo! Guck mein Leben an! Okay! Du hast sie verschwendet! Alle! Alter! Wieso ist hier drin niemand? What the fuck? Wir haben das geschafft! Alter ich brauche hier! Ich brauche hier! Wir sind drin! Ja kannst du mir wenigstens zwei geben? Der braucht mich halt nur mit einer Pistole treffen! Komm her! Hä? Ach du bist in der Küche? Ja! Oh fuck! Ach du heilig ist das nah! Okay! Guck mal wo die sind! Ich muss mich hier! Nee! Ich geh da nicht raus mit dem Kopf! Okay dann bleib stehen! Dass du nicht musst! Wir müssen die hören! Die können halt von da draußen auch böllern! Aber ey die sind so nah! Lass auf Toilette! Komm auf Toilette! Wir müssen zu oder später eh raus! Nein! Wir können auf Toilette! Ja dann geh doch auf Toilette Junge! Ich bleib hier im Krieg! Ich geh jetzt auf Toilette! Oh nein! Ich hör die gerade ab! Oh hier kann man auch raus gucken! Die sind! Siehst du sie? Warte mal! Sind die ja glaube ich! Ich glaube die sind daneben uns in der Garage drin! Also man sieht schon relativ viel hier! Die Zone kommt leider! Ich bin ein Fan von der Toilette! Wir sind in der Zone Manuel! Wir sind in der Zone! Was? Aber jetzt bitte! Jetzt müssen wir echt aufpassen! Wo hier wer ist! Also keine Ahnung! Allein das mit der Pfanne! Dann dass dein Knockout nicht bestraft wurde! Ich glaube die kommen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nur nicht bewegen! Ich hab beide! Tötest du gerade! Ich hab beide! Hallo! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Ach sie sind hier drin! Ja ich hab zwei hier drin getötet! Manu! So jetzt Koffer! Ja nimm die Verbände! Ja ich nehm schon den Koffer! Achso! 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 Okay! Dann geh ich auch einen Teil! Was? Die wussten gar nicht was abgeht! Hä? Ich dachte die wären noch draußen! Und ich hör nur Schüsse! Er killt beide! Oh ist das schön! Ist das schön! Erstmal ein Schmerzmittel! Erstmal ein Schmerzmittel! Ich bin so voll geboostet! Das Problem ist du bist komplett useless! Also eben die Kamereien stehen vor mir und ich töte beide! Ja du hättest halt sagen müssen sie sind drin! Das hab ich ja nicht gehalten! Hab ich! Leute die töten sich! Die töten sich! Wollen wir jetzt? Lass warten! Einfach Geduld üben! Geduld üben! Wir sind noch nicht mal voll! Einfach mal kurz Geduld üben! Komm raus! Komm raus! Okay! Bin ich? Ich seh sie! Ich hab beide! Ah du hast beide sogar! Ja ich hab beide! Die sind hier im großen Haus dran! Oh lol! Verstehst du? Im großen Haus sind die! Ja! Ach da wo ich reingucken kann! Ja nice! Ja genau! Du meinst mit den Garagen ne? Ja! Da sind die oben drin! Also da kamen die Schlüssel her auf die! Achso ja! Alter Junge! Ruhig mal um in die anderen Häuser! Pfff! Oh ich kann da so ein bisschen hoch pieken! Also dein Raum ist noch in der Zone! Lol! Bist du das? Ja! Wollen wir raus? Nein! Ich will ja wissen wo die Schweine sind! Boah das wird eklig! Oh nein! Unser Raum ist noch drin! Und Teile von deren Raum sind auch noch drin! Ja! Wollen wir nicht einfach drin warten? Sag ja! Toilette ist aber das Beste! Ich würde sagen wir warten hier drin! Also solange es geht! Es ist auch nur noch einer! Was? Ja! Lol! 2 vs 1! Okay! Du hast recht! Ja dann warten wir umso mehr! Alter Manuel! Was ist das für ne Runde! Die Beste aller Zeiten! Da ist er! Er ist in der Garage! Ich habe ihn gerade nach links moving sehen! Und der ist aber gerade! Ach ist der da! Hinten raus ist der! Hinten links raus ist der! Ja! Du musst dich jetzt auf folgendes vorbereiten! Dass die Zone moved! Als Ganzes! Achso! Okay! Okay! Ähm! Ich würde sagen wir spekulieren darauf! Also wir machen das! Anstatt ihn jetzt zu rushen! Ne! Ich habe daneben geworfen! Oh! Siehst du? Der stand oben drin! Ja wollen wir ein bisschen rein? Zu der Wand? Von dem Haus? Ne 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 ne! Wir haben hier Deckung! Ja aber wann ruft denn die? Weil einfach nur die äh... Zone im Auge! Okay! Also du hast da Probleme ehe du raus kommst und so ne? Ich habe die Tür ja offen! Pusch dich einfach hoch mit Energies und so! Oh! Er ist richtig low! Und wir sollten ihn stürmen! Er ist richtig low! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Bin bei dir! Wo ist er? Ist er oben? Ganz oben auf dem Dach! Okay! Vielleicht springt er runter! Okay! Ich seh ihn! Ich nicht! Er ist definitiv oben! Ja! Ich renne zu den Platz tauschen! Okay! Und dann mache ich eben! Komm! Aber er kann natürlich gucken! Oh die war schön spät! Die war so spät! Hallo? Die war über uns! Zone bewegt sich gleich zu mir! Okay! Ich bleib hier an der Mauer! Ja! Ja! Das ist gut! Ich guck rechts! Guck du links! Nicht dass er mich von links überrascht! Ja! Okay! Ich muss zu dir! Ich guck einfach nur nach rechts! Oh fuck! Oh fuck! Er muss jetzt raus! Er muss jetzt raus! Die Border ist so böse! Die Border ist so... Der Zaun! Guck auf Fenster! Und weißt du noch? Ich hab am Anfang gesagt, dass wir Erster werden! Die Zone ist ja eh 10 Kilometer entfernt! Diese Runde hat keine Zukunft! Natürlich hat die ne Zukunft! Ja welche denn? Ganz ehrlich! Ne gute! Erster! Erster werden wir! Okay! Zu 100%! Ich nehm dich beim Wort! Hier zu so nem Gebäude irgendwie und da einfach bis Rundenende campen und ballern? Ja! Oder AFK gehen! Auf Toilette! Das das die beste Runde wird, hätt ich nie gedacht! Alter! Mir juckt die heilige W****! Äh ich mein... Amen! Okay! Dann schaut am besten mal in die Videobeschreibung, denn da ist 10 of Blood verlinkt! Vergesst nicht den Part zu bewerten! Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder! Tschüss! Bis dann!